Über genau die Sache, wie er zum Beispiel auch Präsident geworden ist, ne? Über die Briefwahl. Ja, tschö. Spinner. Nicht normal. Tja, kannst du machen, nix, ne? Gibt da solche Idioten und solche Idioten. Ja. Aber, was ich nicht verstehe, wieso muss der denn jetzt erst im Januar raus? Ja, die Ärmstzeit geht so lange. Ich glaube, 20. Januar, jetzt muss der raus. Ah. Also, das heißt, die wählen jetzt schon einen neuen, aber der neue darf dann erst am 20. da ins Weiße Haus einziehen, oder was? Ja. Was ist das denn für Bullshit? Ja. Aber dein Post bei Facebook, ich musste schmunzeln, ne? Ich dachte mir echt, ja, läuft. Er ist doch wahr, weißt du, der sagt immer American First und zahlt dann nicht die Steuern für Amerika. Ja, hier. Ja, also. Äh, wo gehen wir denn hin? Hier kommt Schluppi. Gott sei Dank, ey, ohne wills. Gott sei Dank. Weil, wie lange das gedauert hat, wie lange sich das hingezogen hat. Er sollte ja eigentlich gestern schon feststehen. Ja. Aber die waren ja, die, die haben ja gepennt mit dem Auszählen. Ja, ja gut, das war aber auch teilweise, zumindest hab ich so gelesen, dass die, ähm, die konnten ja erst an dem Tag mit dem Zählen anfangen. Ja. Ja, aber wenn du dann 75 Millionen Stimmzettel zählen musst, das dauert nicht. Ja, das, das dauert seine Zeit. Weil du musst ja auch, du musst ja auch den Scheiß überprüfen, ist die Stimme gültig? Ist Stimme das, ist Stimme das? Ja, 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 genau. Boah. Ey, da hätt ich ja, da hätt ich ja gar keinen Bock drauf. Nee. Aber, auf jeden Fall, nice. Vor allem, die Beteiligung war noch nie so hoch gewesen. Ja. Noch nie. Und für, für einen Demokraten wurde noch nie so viel gefehlt. Alter, ich war doch gerade noch, ich wusste ja den ganzen. Willst du mich rollen, oder was? Alter doch. Aber echt. Ich dachte mir echt nur, Gott sei Dank, wo ich vorhin die Meldung gelesen hab. Biden ist Präsident. Also, also, also Frau guckt da gerade irgendwas, also da, bei den Amis ist Party, ne? Ja, glaub ich. Hehehe. Das glaub ich. Die haben gerade Donald Trump Münzen angezündet. Aber, wer macht denn hier ne Munitionskiste auf und lässt die Munition liegen? Hehehe. Keine Ahnung. Also, könntest du sein, Indy. Das, das machst du nämlich auch sehr gerne mal, dass du die Hälfte der Muni liegen lässt. Ja, aber die Kiste war schon auf. Ja, ja. Ich sag ja, machst du auch gut und gerne mal. Echt? Ja. Und gibt schon, gibt schon was Neues. Arbeitstechnisch. Nee. Alter, hier ist doch irgendwo noch ne Kiste. Das ist mich jetzt verarscht. Ach da. Da ist sie ja. Hier ist noch ein lilanes Sturmgewehr. Ja. Ja. Falls du brauchst. Ich hab schon eins, deswegen. Ich hab schon eins. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Da, 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 da. Was hast du vergessen? Gibt Fallschaden, ne? Ja, das haben die, weiß ich nicht, irgendwie scheiße gemacht. Das haben die irgendwie scheiße gemacht. Das machst du aber schön. Machst du das doch richtig? Hast du das doch abgedichtet? Nee, ne? Und runter. Hier lag auch mal mehr Muni rum. Löl. Nee, Fußspuren. Echt? Das hast du dir so gedacht, Fotze. Das hast du dir so gedacht! Du hast mich jetzt hingeschmissen. Ich wollte sie verbrennen. Ich wollte sie verbrennen. Genau, verbrenn die Hexe. Verbrenn die Hexe. Hast du irgendwo einen Partner gesehen? Ich glaube... Oh, nö. Hier ist noch ein lilanes Sturmge... Sturmgewehr. Ich hab da eins. Wieso ist das? Weiß ich nicht. Doppelt hält besser. Einzel? Ne? Weißt du, das Stream ist auch an, ne? Ich... Ich krieg keine Nachricht mehr, ne? Löl. Hast du die zufällig deaktiviert? Kannst du ja auch... Gar nicht, ne? Weißt du, zur Not mal die... Mal die Glocke ausmachen und wieder anmachen. Kann sein, dass es irgendwie Rischchen rumbackt oder irgendwie sowas. Oder Twitch hat wieder... Uh, hallo... Ey! Der Dreck, sag du! Oh, einmal... Einmal da rein. Und... Höpf! Ne, da lang. Ah! Zum starken Tony! Ne, echt? Zum starken Tony! Da komme ich aber, glaube ich, nicht hin, oder? Naja, egal. Da ist ja direkt... Da ist ja direkt eine Seilbahn. Ja, genau. Oder, 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 oder... Doch! Noch geschafft. Ich bin, glaube ich, mit denen. Noch geschafft. Im Flug schon E drücken, was? Ja, um an die... Das Seil zu gehen. Ja, der... Achso! Ich wollte gerade sagen, die ist aber schon bewusst, dass ich mit Controller spiele, ne? Schieß was, da hinten treff was. Ach, da hat's geknallt. Wo hat's geknallt? Stell dir mal vor, da laufen zwei. Ich bin... Noc. Ich bin kaputt! Ja, ich bin auch Noc. Äh, wie ich sehe, bist du auch Noc. Ja. Bei mir gab's keinen Noc mehr. Das hast du mich schon weggenommen. Sorry. 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 die gerrig Ich hab gestern gezaugt. Was? Hast du gestern gezaugt? Nein. Ich auch nicht. Ich musste mich gestern wieder um Ebay kümmern. Ja. Und heute. Naja. Sind schon wieder 36 Anzeigen online. Mockigen. Sind schon wieder 36 Anzeigen online. Ja. 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 der ist nach vorne am LKW gestorben. Ja, lol. Jetzt müsste ich aber eigentlich 5 kills haben. Ach, keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Ich habe nämlich gerade hier unten nochmal 3... Oh, mir wurde es nur jetzt da gekillt. Ein Schuss. Ja, warte, ich muss mich grad hier und bin so vorbei. Ah, die sind schon bei mir, die zwei. Echt? Mach doch nicht so einen Scheiß. Doch, sonst. Verhören die dich? Jetzt haben sie mich noch nicht gefunden. Ja, ey, das ist immer so klar, ne? Bei denen lädt die Pump so schnell nach. Tja. Oh, ne Witz. Oh, ne Witz. Oh, ne Witz. Das ist alles voll. Die müssen schon Patienten abbrechen gehen. Hä? Geil, ich hab jetzt ein Zweifel. Nein. Schatz, hast du mir eigentlich die Lampe bestellt, ne? Ach, ist denn eine Lampe am Brennen, du Mann? Oh, ey. Du kannst doch auch anderes Zeug bestellen. Ja, magst du mir die bestellen? Ach, Quatsch. Was? Füge als Tor, Gegner und Schaden mit Miaul mir zu. Wer ist das denn? Der Hammer. Hast du den überhaupt schon? Hast du Tors Hammer schon? Ich glaub nicht. Ah, dann gehen wir. Warte. Was heißt, nein, also mein Flugding ist der Hammer. Nein. Wir gehen. Warte. Hast du da hinten in diesem Krater, der da ist, hast du da schon den Hammer aufgesammelt? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ja, warte, dann geh mal da mal hin. Da, wo ich markiert hab. Glaube ich. Müsste der Krater, ja, da, da, da ist der Krater. Ups. Hier ist aber kein Hammer. In dem Krater. Doch, ist er wohl. Nö. Siehste. Beweise, dass du würdig bist. Was? Ja, warte. Beweise, dass du würdig bist. Der muss mal herkommen, Schatz. Weiß ich, kann ich dir gerade nicht sagen. Oh, schießt schon. Kosti. Ja, dich. Ja. Ja. Oh, hast du ein Jetpack? Ja. Denk dran, ne? Ja, macht Fallschaden. Deswegen bleib ich so, so nah wie möglich am Boden. Ja. Nee, die, die du gerade eben hattest. Wo ist der Pisser denn? Da vorne. Alter, ich hab nur ne scheiß Pump, Mann. Ich hab gar nichts. Ich lauf jetzt so einfach hin. Ich spiel jetzt Schaden. Komm, da war ich weg. Danke. Hättest du nicht ein Medikit dabei haben können? Echt? Ei. Boah, alter, ein Schuss. Ich bin down, ne? Ich weiß nicht, warum du dir nicht einfach klapp gemacht hast. Du weißt, dass ich mit der Pump nicht umgehen kann. Hör auf zu feiern, hör auf zu feiern, hör auf zu feiern, hör auf zu feiern. Hör auf zu feiern. Ich geh da oben hin. Mach das. Die hat mehr Loot gehabt. Mach das. Guck mal, ob was zum Heilen dabei ist. Nee, ist nix zum Heilen dabei. Guck mal, da ist unser Freund. Der hat was zum Heilen. Ich hab nur noch acht Schuss und den schaffen wir nicht. Den schaffen wir. Der hat da jetzt auf mich geschossen. Ah, da ist ein Hubschrauber. Weiß ich, ich hab mich geschossen. Halt, schau. Was? Mhm. Das war's für heute. 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 Nee, mit dir rede ich gerade nicht, sondern mit meinem Gegner gerade. Was hat er gesagt? Ja, das ist das gleiche Problem. Ja, mein Gegenüber hat jetzt nicht das gleiche Problem gehabt. Bist du verreckt? Oh, da war das schon oben? Eine Station oben? Ich weiß gar nicht. Das war doch mal nett jetzt. Wo? Wo? Unten? Oben? Hier. Soll ich dich direkt wiederholen oder soll ich mal warten? Das ist mir eigentlich egal. Oh. Egal, es ist 88. Ja. Soll du denn lief was? Ja. Ja. Hab ich gesehen. Ja. Jetzt hab ich schon mal mehr wie eben. Jetzt hab ich schon mal ne Waffe. Ja. Ja, hier. Ja, hier. Hast du direkt auf Blue Life. Da ist die Pissen-Ecke jetzt in die Rand. Hallo? Hier bei mir ist er. Ich seh die Fußspuren schon. Echt? Ja. Die Frage ist nur wo hier, ne? Hä, wo ist ich nur? Da. 2x28. Ja. Bis dann! Hast du dir so gedacht dich hier zu verstecken und nicht zu hielen. hat ihr nicht wirklich was gebracht hast du trotzdem auf fresse bekommen sind wir eigentlich in der zone? ne sind wir nicht, aber die zone kommt Auto Wieso, wo ist die Fotze man? Zwei Aber noch zwei mal die gleiche Fotze ist ja noch schlimmer Ja Gott Auf der Switch, ernsthaft? Ja Shhhhhhhhhh Shhhhhhhhhh Ja, 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 ja. Ja. Oh, was willst du denn da oben? Ich muss ein Emote setzen. Ah. Stimmt, die ganze Scheiße hast du ja noch gar nicht gemacht, ne? Da hast du den Battle Pass ja noch gar nicht. Ja. Was sind das für Herausforderungen? Woche 1? Nee, es ist vom Tor, die äh... Ah, nee, Tor, Tor eher weg, ne? Äh, äh, äh... Wir sind ja trotzdem herausforderungen. Ja, dann kriegst du ja immer weiter. Ja. Ist egal welchen Emote, ach so, okay. Nein. Nein, ist nicht egal. Du hast da aber, glaub ich, dann auch nur einen. Ja, hab ich auch noch. Ja, hab ich auch noch. Ja. 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 Wo? Wo? Hier in dem Häuschen, wo ich kam, ne? Die hab ich... Die hab ich, glaub ich, auch noch nicht. Ja. Ja, der Monitor. Naja, schweiß. Nee, ist kein Scheiß, ist mein Ernst. Ja, wir sind sogar in der Zone. Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Ja, wir sind weitere Kinósteils. ja ein paar herausforderungen die wir machen müssen füge schaden mit zielfernrohrwaffen zu 0 von 1000 immer noch und eliminiert in ihre gegner mit superkrieg ja das Alter, wer von den Katzen war kacken, ey Boah, ey, Junge Boah, ey, wer war kacken auf den Pott von denen Ich weiß es nicht Uff, ich schmeiß sie raus Boah, wer wird doch da schlecht bei, ey Da krieg ich schon Belag auf die Augen Voll, voll, voll widerlich, ey Boah, ey, Junge Boah, ey, Junge Boah, ey, Junge Boah, ey, Junge Jum 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 I Nach der Runde geh ich mal nach oben. Jo. Jo. Da steht ein Hubi. Ja. Ja. Gegner. Ja genau, schieß er mit der Panzerfaust auf mich. Die ist so ungenau, dass so ungenau ist, diese Dreckswaffe, ne? Ist sie auch, ist sie auch, deswegen nehm ich sie auch nicht mehr, ich hasse die. So zum Ding ins Weg schießen ist okay, aber... Du wolltest eine rauchen, ne? Ja. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020